Das ist Frodo, das ist einer von unseren Handaufzuchten, der jetzt hier in der Gruppe integriert ist. Und das klappt super, ne? Er ist sogar der Chef der Gruppe jetzt. Dadurch, dass er Hand aufgezogen ist, haben ja viele immer das Vorurteil, fehlgeprägt, der kommt nicht mehr klar. Das ist wirklich nicht so. Das kommt immer darauf an, wie man so ein Tier mit der Flasche großzieht. Also wenn man den total verpütschert und den mit Windeln durch die Gegend schleppt, dann kann das natürlich sein, dass man den nicht mehr in eine Gruppe integriert kriegt. Aber wie man sieht, der ist bei uns fast zwei Jahre drin gewesen und der ist der Chef von der Gruppe. Also alles gut.